Das sind die fünf legendärsten Riedstürmer aller Zeiten, das Format GOAT, präsentiert von der Zwara-Konferenz. Gehen wir es an! Wir starten rein in unser Ranking der fünf legendärsten Riedstürmer mit dem Euro-Gerry, Gerald Straffner, 1998 vom GRK ins Innenviertel gewechselt und hat dort sofort funktioniert. Richtig, ja. Hat insgesamt 62 Spiele gemacht für den TSV Ried, der 24 Tore erzielt und hat sie ins Cup-Finale geführt und dann im Europacup für Furore gesorgt. Im damaligen Bewerb Cup der Cup-Sieger, kennen die meisten höchstwahrscheinlich gar nicht mehr so, aber da haben im Grunde die Cup-Sieger dann auch sich gemessen untereinander, entwickelte sich dort auch zum Euro-Gerry 1998 im Herbst mit seinen zwei Toren gegen MTK Hungaria und ein Tor auch gegen Makabi Haifa erzielt. Also sie haben eine Runde überstanden und dann war eben Endstation bei Makabi Haifa. Das hat schon gereicht, um zum Euro-Gerry zu reden. Ja, okay, aber ganz ehrlich, das sind drei Tore in vier Spielen, davor eben auch die wichtigen Tore im Cup, um überhaupt dieses Europacup-Ticket zu sichern. Also von dem her alles richtig und hat daher noch immer einen Legenden-Status. Wir haben uns ja auch Hilfe eingefordert von den Kollegen Thomas M. Brechtinger, Gerald M. Brechtinger und Thomas Streif natürlich. Danke dafür und auch im ASB-Forum sind viele Antworten gekommen, habe da auch nochmal dieses Thema angestoßen. Sind viele Übereinstimmungen zu unserem Ranking und daher machen wir gleich weiter mit der Nummer... Darf ich noch kurz, Gerd Schaffner? Ja, Entschuldigung, bitte, ja, sag was. Gerd Schaffner, 50 Jahre inzwischen, hat letzte Saison noch ein Spiel gemacht für den SVK noch. Ja, ich weiß, ich glaube er ist Spielertrainer und hat da zumindest 32 Minuten gespielt, was ich gesehen habe. Vollerweil. Ja, also kann man, ich glaube er spielt auch noch die Nummer vier. Mohamed Akagündis, mittlerweile auch schon Mitte 40, glaube ich, wenn ich mich deutscher, gefährliches Halbwissen. Absoluter Kultkicker der Nullerjahre, der im Grunde schon so ein bisschen vor dem Karriereende stand, weil er sich bei der Austria nicht durchsetzen hat können und dann kam der Wechsel zu Ried und alles änderte sich. Genau, bei Ried hat er dann richtig gut getroffen, ich kann mich noch erinnern, das müsste dann, glaube ich, sogar sein erstes Gastspiel im Horstallion gewesen sein. Da hat er dann gegen die Austria getroffen und hat unter seinem Trikot ein T-Shirt hergezeigt, auf dem ist gestanden, danke EVK. Aber eher süffisant, geht davon aus. Also heute wird er dann noch ein Sternchen mit Ironie off oder so drunter stehen. Ja, damit es ja damals schon verstanden hat. Ja, okay, aber das braucht es eben mittlerweile. Hat aber dann in Ried richtig gut funktioniert, 37 Tore in 124 Spielen, dann gab es den Wechsel in die türkische Süperleague, ist nach wie vor der Österreicher mit den meisten Toren in der Süperleague, das hat mich ein bisschen überrascht, sind zwar im Grunde nur 14 gewesen für Malatya-Spor, Konja-Spor und Kayseri-Spor, aber dahinter, wer ist die Nummer zwei? Hinter, jetzt schau nicht. Schau nicht. Ja, wer ist die Nummer zwei hinter? Mohamed Akerbündnis. Jakob Jansscher. Nein, wieso Jakob Jansscher? Ich meine, du könntest ja Paris-Spor für ein halbes Jahr gespielt. Dann schießt er gerne 15 Tore und dann geht er, nein. Nein? Nein. Keine Ahnung. Ich sag dir, einen anderen Spieler nachher. Roland Linz. Er hat nie in der Türkei gespielt, oder? Gaziantep-Spor. Wirklich, Gaziantep-Spor. Ich glaube, die Nummer zwei hat auch bei Gaziantep-Spor gespielt, Ekrem Tak, 13 Torreiter gemacht. Ah, sehr schön. Er hat, glaube ich, gemeinsam mit Willi Kavlak dann auch die meisten Spiele aus Österreicher in der Türkei. Ich sage jetzt einfach mal so. Ja, ist ja egal. Ist ja egal, ja. Auf jeden Fall, Mohamed Akerbündnis ist dann auch zurückgewechselt nach Österreich, um Champions League zu spielen, bei Rapid. Nach der Meistersaison die sechs legendären Spieler, wo man dann null Punkte geholt hat in dieser Champions League-Saison 2005, 2006. Aber dennoch, der bleibt schon, finde ich, in guter Erinnerung in Ried. Auch wenn es im ASB kritische Worte gegeben hat, dass er, ich glaube, da gab es irgendwie ein Ende, dass er dann doch nicht so leimert war, keine Ahnung, aber er bleibt ein historischer Kicker der Rieder, denn er ist der einzige Rieder-Kicker, der auch im Interesse des Nationalteams als aktiver Riedspieler getroffen hat. Es müsste 2002 gegen Weißrussland gewesen sein. Wahnsinn, ich habe es dir da vorne hingeschrieben. Richtig, Harald. So, danke. Dann machen wir weiter mit den Top 3 und den, den hätte ich eigentlich jetzt nicht unter die Top 5 genommen, aber den hat eigentlich jeder von den Ried-Fans auch gefordert und da gibt es eine besondere Geschichte dazu. Christian Meyerlepp, 37 Toren in 78 Spielen. Starke Quote. Anfang der 90er, ein ganz wichtiger Spieler im In-Viertel. Erzähl. Achso, du erzählst es. Also von 1992 bis 1994 in Ried und er bleibt im Endeffekt auch in Erinnerung für eines der wichtigsten Tore in der Geschichte der SV Ried, denn er hat 1992 am letzten Spieltag das Goldtor gegen Donaufeld geschossen und damit den Klassenerhalt für die SV Ried fixiert in der zweiten, in der damaligen zweiten Division, schrägstrich aktuell Ligas war und damit den Gang ins österreichische Unterhaus verhindert und damit so ein bisschen auch den Weg geebnet für dieses Fußballwunder in Ried, was dann ein paar Jahre später dann stattgefunden hat. Verrückt, dass Donaufeld 1992 in der zweiten Liga gespielt hat. Das hat mich auch geflasht. Aber was wäre passiert, wenn Donaufeld oben geblieben wäre und Ried runtergegangen wäre? Also das sind so passbare Eventspiele, aber ganz ehrlich, weil Ried, also der Kollege Thomas Streif hat mir geschrieben, dass es dann vielleicht nicht so schön ausgesehen hätte in Ried, dass man dann eben vielleicht auch in der Versenkung verschwunden wäre. Vielleicht wäre im Laufe der Jahre irgendein anderer kleiner oberäustrischer Klub nach oben gekommen. Weiß ich, aus einem Linzer vor Ort zum Beispiel oder so. Stahlbauder. Pasching. Ah, Pasching. Ja, stimmt. Möglich. Möglich. Also, Christian Meierlepp auf der 3. Jetzt bin ich gespannt, wer ist auf 2? Wer ist auf 2? Es kann nur, also die zwei waren überall im Grunde ganz vorne und das mit Abstand. Haben die Salih 40 Tore in 92 spielen, damals von Otto Baric als der Bomber in Anlehnung an Gerd Müller bezeichnet. Gerd Müller-Albaniens. Ja, der Gerd Müller-Albaniens, Otto Baric damals Nationalteamchef Albaniens und da eben haben die Salih auch schon abgeliefert und der war für mich immer so ein Sympathieträger. Im Österreicher geht es Fußball. Ja. War schon ziemlich cool, dass den Stefan Reiter damals nach Ried lotsen hat können, weil eigentlich waren er die Wochen und Monate davor immer beim SK Rapid im Gespräch. Peter Packholt hat sehr mit einem Transfer geliebäugelt, ist dann ins Innenviertel gekommen und hat sich halt, dann hat Rapid ein bisschen mehr Geld hinlegen müssen, weil es dann 2009 so weit war. Genau. Haben sie Geld hingeguckt? Ich glaube 600.000, wenn ich mich nicht täusche. Es war der Sommer, wo dann glaube ich auch... Niki Zajelovic ist ein Jahr später dann erst gegangen, wenn ich mich nicht... Nein, Niki Zajelovic ist damals, hat den Verein verlassen, diesen unrühmlichen Abgang und dann hat er Rapid schnell reagieren müssen und hat, glaube ich, haben die Salih geholt, oder war das... Nein. Jan Wenigerfeserling war 2010. Nein, haben sie damals geholt und dafür hat Ried aber einen anderen legitären Kicker geholt, nämlich Atenuio wechselte damals von Austria-Kärnten ins Innenviertel. Das waren das vier Zeiten eigentlich. Genau. Also Rapid hat im Sommer 2009 Jelovic und Salih geholt. Ja. Nachdem Hofer und Mayhofer den Verein verlassen haben. Du erinnerst dich. Ja. Jelovic ist fix verpflichtet worden, er war zunächst nur ausgerechnet. Ja, haben die so Ried Vizemeister. Ja, das gleiche in seinem ersten Halbjahr... Unter Helikraft, wir müssen uns da alles täuschen. Verrückt. Das ist wirklich crazy. Es vor Ried damals als Vizemeister, aber die waren damals einfach auch gefürchtet in der Bundesliga. Also wirklich in jedem Verein hatte Angst, da glaube ich auch in das Innenviertel zu fahren, weil die waren einfach extrem stabil und das über Jahre hinweg noch einen Zusatz zu haben. Die Salih, der war einen Tag im albanischen Big Brother drinnen als Promi-Gast, habe ich herausrecherchiert und ist dann 2018 sogar noch Torschütz und König geworden in der Liga 2 für Wiener Neustadt. Ja, wie er war einen Tag als Promi-Gast. Das kennst du dir überhaupt nicht aus bei Big Brother. Das muss ich dir erklären, oder wie? Ganz kurz, ja. Ja, es gibt einfach manchmal Situationen, dass du in einer ewig langen Big Brother Staffel eben ein paar Akzente setzen musst und dann werden eben Promis einfach auch reingeschickt. Ich glaube, das war damals die zweite oder dritte Staffel von Big Brother damals in Deutschland, wo es ja diesen ganz großen Boom gegeben hat. Die ersten drei Staffeln, also eher die ersten zwei Staffeln mit Jürgen und Slatka damals. Und ist damals auch Verona Feldbusch. Vielleicht war es sogar die erste Staffel. Verona Feldbusch ist damals für einen Tag ins Big Brother Haus gezogen und hat sogar ein eigenes Dixi-Crew damals bekommen, weil sie nicht auf das Big Brother-Crew gehen wollte, weil da auch Kameras waren. Und ich dachte, das ist Bezahlung oder Preis. Nein, ganz ehrlich, Verona Feldbusch, die meisten kennen sie mittlerweile nur als Verena Poth, war damals das Maß aller... Bitte? Verena Poth. Ja, Verona Poth. War damals das Maß aller Dinge in Sachen Promi dabei. Das ist diese Szene in Deutschland. Das war damals schon eine agilige Geschichte. Das hatte eine L6-Show gehabt. Wahre Liebe. Das war, nein, die hat... Wie hat das geheißen? Piep, Piep, Piep hat es geheißen. Wahre Liebe war die... Ander... Ander... Ja, okay. Hallo, liebe Liebenden, hat sie mir gesagt. Das war aber wahre Liebe, egal. Wo waren wir eigentlich? Bei Hamdi Salih und den legendärsten Riedstürmern. Also, machen wir weiter. Wir haben die ersten vier schon, also vom Platz fünf bis zwei. Es kann nur eine geben. Auf Platz eins, Sanil Kulic. 70 Tore in 100 Spielen für die SV Ried. Was ist da abgegangen damals, als der vom Lask ins Hintviertel gewechselt ist? Der hat auf Anhöp funktioniert, oder? 19 Tore in seiner ersten Saison, dann 2-4-5 die zweite Liga zerschossen, hat sie in den Europacup geschossen. Sanil Kulic ist eine Rieder-Fußball-Legende. Und da klammern wir jetzt einmal aus, was danach passiert ist. In Sachen Fairplay hat er dann seinen Kredit verspielt. Haha. Ja, aber wenn man das wirklich ausklammert, da muss man es schon sagen, also vor allem diese Zeit in den Nullerjahren, da war Sanil Kulic schon einer der besten Rot-Weiß-Roten Stürmern. Also da kann man im Grunde nicht drum wegkommen. Also 34 Liga-Tore in 32 Spielen damals in dieser Aufstiegsaison in Liga 2-8, das ist nach wie vor Rekord. Der ist dann im Grunde Back-to-Back auch Torschützenkönig in der Bundesliga geworden, zwar mit nur 15 Toren, aber... Man nennt das den spielenden 1. FC Kaiserslautern. Achso, ja natürlich. Ja, 1997 Otto Reha, damals aufgestiegen mit Kaiserslautern und dann Volet Meister geworden. Ich weiß es schon. Wer hat damals die meisten Tore geschossen für den 1. Left? Olaf Marschall. Uh, ja und wen hat... Ja, stimmt, ich glaube, das stimmt sogar. Ich habe mir gedacht, dass das nicht beweist. Olaf Marschall, ihr geiles Spiel, das sagt noch ein Spieler von Kaiserslautern von dieser Saison. Das ist ja egal. Chiracus Forza. Scheiße, ich glaube, das stimmt sogar. Ich glaube, das stimmt sogar. Aber eine Saison später, wen hat man dann geholt, um die Brücke zur Liga 2 zu schlagen? Ich dachte, Olaf Marschall ist schon die Brücke zur Liga 2. Ja, der hat natürlich auch Liga 2 gespielt, aber... Nein, aber bei Dortmira. Ja, stimmt. Scheiße. Nein, Karsten Jäcker hat mir dann geholt, wenn ich mich jetzt hier nicht täusche, nach dieser Meistersaison, weil er bei den Bayern nicht mehr gefragt worden hat, wenn ich mich jetzt hier nicht täusche, dann Champions League gespielt mit dem 1. FC Kaiserslautern. Kann ich nicht, weiß ich nicht mehr. Wir sind etwas abgedriftet, aber das waren die 5 legendärsten Riedstürmer aller Zeiten.